Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zur Medieval Dynasty. Wir haben beim letzten Mal hier mächtig an den Mauern gebaut und haben auch die Felder noch vorbereitet gehabt. Morgen ist es dann auch soweit, wir können dann endlich wieder ernten, können da wieder ein paar Punkte sammeln. Und ich hatte gesagt, bevor wir dann aber ins Bett gehen, kümmern wir uns noch so ein bisschen schnell um die, ähm, ne, um die Bretterzäune, genau. Ich nehme mal gerade hier ein paar raus, dann können wir nämlich schon mal direkt zu den Gänsen rüberlaufen. Oh, Moment, da kann ich ja fast noch 10 nehmen. Wobei noch ein bisschen, ups, noch ein bisschen mehr. Dann haben wir auch gar nicht mehr so viele. Das heißt, mit einer Ladung sollte das passen. Ich nehme nochmal gerade ein Rundholz und 10 Stöcke. Ich mache mir gerade hier nochmal einen Hammer. So, und dann tue ich noch ein Brett gerade wieder rein. Okay, und, äh, ja, dann schauen wir doch mal, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Wir gucken mal gerade, ob die Zäune noch alle richtig gesetzt waren vorher. Da hatte ich ja hier nicht mehr weitergebaut. Der ist richtig. Dann haben wir hier noch einen. Auch richtig. Und auch richtig. Das heißt, die Zäune sind alle soweit gut platziert. Oh, da ist auch schon der Hammer kaputt gegangen. Und da ist auch die Ladung so gut schon, äh, so gut wie aufgebaut. Und einen noch. So. Gut. Und da machen wir auch bald nach den Feldern dann weiter. Hier haben wir nochmal zwei Bretter. Wieso haben die die eigentlich da eingelagert? Ist das schon wieder voll? Sind wir schon wieder soweit? Hatte ich eigentlich einen Weg? Ne, ne, da können wir nochmal einen kleinen Weg machen. Ähm. Ah, das wird nicht reichen. Schade. Na gut. Sind ja auch nur ein paar Millimeter. Ist ja nicht so schlimm. Richtig schön. Ach ja, genau. Das war ja auch zu Leinen fahren. Ich erinnere mich. Und, ach. Wir haben aber noch ein paar Steine da. Da können wir auch nochmal ein bisschen weitermachen. Ähm. Zumindest bis es dunkel ist. Ach du Scheiße. 800 Steine. Was ist denn Indie gefahren? So. Einen noch. Was ist denn Indie gefahren bitte? 800 Steine. Da können wir eine Burg mit bauen. Naja. Naja. Gut. Dann hoffe ich, dass diese Bäume hier ohne weiteres wieder wachsen werden. Hier liegen auch noch ein paar Steine drin rum. Und der Zaun wird auf jeden Fall fertig. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen in die Nacht arbeiten soll. Ich werde dann da einen kleinen Cut machen. Und euch dann wieder dazuholen, wenn der Zaun steht. Und das würde ich dann jetzt machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn der Zaun steht. Bis gleich. Und fertig. Flipp. Und fertig. So. Die Mauer steht jetzt auch. Und. Ähm. Mir ist gerade aufgefallen. Hier vorne. Hier haben wir noch gar keinen Weg verbunden zu diesem Haus. Weil hier führt nichts hin. So. Soll ja nicht so zugewachsen wirken hier. Genau. Damit sieht es schon zivilisierter aus. Dann würde ich sagen, ist die Zeit auch jetzt gekommen. Endlich. Wir können schlafen gehen. Und morgen machen wir uns dann an die Felder. Ich muss hier. Wieso habe ich denn da ein Messer auf vier? Ähm. Bin ich bestimmt nur drauf gekommen. Dann. Ähm. Mache ich mal die Sensor auf fünf. Messer kann man ja immer mal da liegen lassen. Wer weiß. Vielleicht werden wir eines Tages überfallen. So. Gehen wir schlafen. Oh. Ein Zwischen-Event. Äh. Lass ihn frei und verbannt. An ihn. Okay. Moment. Jemand treibt sich hier rum. Der Dieb wurde gefasst, als er versuchte dich zu bestehlen. Er versucht sich zu entschuldigen, dass er arm sei. Und so weiter. Jetzt liegt es an dir zu entscheiden, was mit ihm geschehen soll. Ja. Das passt doch. Was ich gerade gesagt habe mit dem Messer. Der hat es bestimmt deswegen nicht geschafft. Schneide ihm die Hände ab. Minus 10 Stimmung. Minus 50. Dynastie. Oh. Befehle jemanden ihm die Hände abzuschneiden. Minus 20. Lass ihn frei und verbanne ihn. 1 bis 5% Typen Crafting. Was? Äh. Mach ich mal. Effekte für die Saison. Äh. Oh Gott. Wir werden bestohlen. Oh Gott. Einige deiner Vorräte sind verschwunden. Du hättest ihm nicht trauen sollen. Zumindest wirst du von deinen Bewohnern nicht als Tyrann angesehen. Jo. Das ist auch das Ziel. Gut. Das ist alles ersetzbar. Also ist das jetzt nicht. Und das Feld ist fertig. Ich mach nämlich direkt ran. So. Und das Feld machen wir nochmal gemeinsam. Ich würde sagen. Ein Feld machen wir nochmal gemeinsam. Dann haben wir nochmal einen gemeinsamen Durchlauf hier bei allem gehabt. und dann mach ich hier auch wieder einen kleinen Cut danach bei den nächsten Feldern. Das geht ja jetzt rucki zucki hier mit den Punkten. Und mit der Ausdauer, das ist echt schon ordentlich, wie lang wir damit jetzt aushalten. So. Solange die Ausdauer halt leer ist, werde ich dann gerade mal die Sachen sammeln. Und wieder nur am Regnen hier. Der kalte Regen fällt auf den Rücken. Wie ein kalter Stich in den Rücken. So. Nächste Reihe. Das wäre ja echt genial, wenn wir das Level hier noch voll kriegen würden. Aber das ist bezweifle ich sehr stark. Wobei, ich muss ja direkt eigentlich mit der Hacke hier wieder drüber. Oder? Ah ne, gar nicht wahr. Das muss ich ja erst im neuen Jahr. Es sei denn, ich will was anderes pflanzen. Das wäre natürlich auch eine Option, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht. Weil Flachs ist halt einfach, ne? Das ist unsere Bezahlung hier gerade. Was ja cool wäre, wenn wir Steuerminderung kriegen, weil wir hier die Sache mit den Wachen halt regeln. Würde mir gefallen. Würde mir gefallen. Würde ich nicht nein sagen. Aber ob wir das kriegen... Ich bezweifle es. Wobei ich das cool finden würde, wenn es so ein Endgame geben würde, wo man da sagt, jo, du bist steuerbefreit und du darfst jetzt so viele Gebäude bauen, wie du willst. Hol dir so viele Leute, wie du willst. Das fände ich halt perfekt, weil ich bin jemand, ich mag es halt nicht, wenn ich begrenzt werde in den Möglichkeiten, die ich habe. Manchmal ist das ganz nett. Aber auf lange Sicht fände ich es halt cool, wenn man halt eben diese Option hat. Bau so viel, wie du willst. Ist dein PC. Du weißt, was er aushält. Ja, ne? Bau mal ganz Berlin. Im Mittelalter. Beziehungsweise... Großentechnik wie heute, aber mit mittelalterlichen Mitteln. So, ich würde die Stadt nämlich auf jeden Fall auch größer bauen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Wie viel haben wir denn schon wieder? 508. Ich werde gleich ein paar Steine rausschmeißen müssen, denn in der Kiste ist kein Platz mehr oder im Ressourcenlager komplett. Hier werden wahrscheinlich noch ganz viele Vorräte rumliegen auf dem Feld. Da brauche ich gar nicht lang zu gucken. Oh ja, hier die ganze Ecke. Ist aber auch echt schwer zu sehen. Da bin ich ganz froh über den Skill. Ja, wunderbar. Die muss ich hier wieder sammeln. Fällt mir gerade ein. Die hatte ich hier drin, ne? Oder werden die noch gesammelt von denen? Ich, äh, glaub's ja nicht. Was sagt die Technologie? 400 Punkte noch. Das geht schon recht schnell. Na gut, ihr wisst jetzt, ich mache einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ne, Quatsch. Dann sehen wir uns, wenn die Felder fertig sind, sehen wir uns wieder. Vielleicht zwischendrin nochmal so ein bisschen. Und, äh, dann, äh, mache ich da mal weiter. Bis gleich. So, ich fange jetzt mit Feld 3 an. Und, äh, genau. So, Zwischenstand ist gerade folgender. So, uns fehlen jetzt noch 300 Punkte. Wir kommen der Sache schon deutlich näher. Ich mache weiter. Krass, ist mir mal gerade aufgefallen. Ähm, kurze Info hier. Es sind fast schon 10 Jahre vergangen hier in dem Spiel. Ist schon krass. Wir sind gerade im 10. Jahr. So schnell vergeht die Zeit. Na gut. Das letzte Feld ist jetzt dran. Aber wir schaffen das leider nicht mit den Punkten. Wir, uns fehlen nämlich hier noch 325, nee, 225. Ungefähr, ja. Äh, wird also leider nicht ganz reichen. Aber, dafür im nächsten Jahr. So, ich schleppe mich mal gerade hier rüber. Ich bin nämlich schon wieder überladen hier. So, kriegen wir das noch rein? Also, leider nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen was rauswerfen. Steine haben hier über 700. Ich meiste mal 300 raus. Flachs kommt jetzt rein. Ähm. Wir haben auch wieder ganz viel Rundholz. Das ist nice. Kalkstein geht. Das ist nicht so viel. Wie sieht es denn hier aus? In Sachen, äh, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Jo. Nehme ich auch nochmal 300 raus. Äh, und ich brauche jetzt eine neue Hacke. Äh, oder Sense. Nicht Hacke. Mir ist nämlich die Sense kaputt gegangen. So. Ja, sehr schade um das ganze Zeug, aber kann man halt nichts machen, ne? Wenn wir keinen Platz haben, dann müssen wir halt was rausschmeißen. Und Holz brauchen wir gerade dringend da. Wie ich finde. Kann sein, dass hier wieder Bäume gewachsen sind. War nicht der da vorher? Nur, ich weiß es nicht. Na gut, ich mach mal weiter hier mit dem Feld. Ich wollte es euch, äh, nur mal gerade, ne? Euch nur mal gerade informieren. So, die Felder sind damit fertig. Da oben liegt noch ein bisschen Flachs rum. Und, äh, dann kommen wir ja jetzt wieder zu dem Punkt, wo es reißt, gefühlt 20 Minuten lang umwandeln. Ähm, da würde ich mich jetzt auch direkt wieder ranwagen. Ähm, dass wir dann da auch frühzeitig wieder verkaufen können. Das Geld brauchen wir ja sowieso gerade, um da irgendwo mal ein bisschen weiterzumachen, was die Quest betrifft. Die aber auch irgendwie wieder, warum ist die aus? So, jetzt ist es wieder an. Ähm, genau, dass wir da auch schön weitermachen können. Und ich packe das mal gerade hier rein. So. Genau, die Sensen weg damit. Ähm, Hölzernahmer habe ich noch. Oh, 3000 Flachs. Dann würde ich mal sagen, ähm, wandle ich mal 600 um. Oder mache ich mehr? Na komm, machen wir doch 300 voll. Jo, da sind wir ein Kilo drüber. Ah, schade. Dann müssen wir doch wieder was zurücktun. Äh, 95. So, jetzt sind wir genau drauf. Das wird jetzt sehr lange dauern. Ich werde jetzt nochmal schnell was essen und trinken. Ähm, ja, dann muss ich das, äh, gerade mal durchlaufen lassen. Wir haben zwölf Eier mittlerweile. Wow. So, einfach mal gerade nehmen und dann rein damit. Oh nein, nicht vergammelt. Schatz. Zu spät gelesen. Ich dachte eigentlich, da ist das normale Vergammeln. Oh. Habe ich hier nicht so schön pflanzen? Johanneskraut. Genau, erstmal her damit. Karotte. Her damit. Und damit geht es mir wieder gut. Und ich kann ein paar Karotten reinschmeißen, so. Genau, da muss ich jetzt schnell was trinken. Das mache ich da vorne. So, hier haben wir den schönen Bach. Und dann geht es auch schon in die Scheune. Übrigens, die Gebäude, ne, die nutzen ja mittlerweile auch echt schnell wieder ab. So, über die Zeit hinweg. Ähm, wir haben aber nichts Beschädigtes. Das ist gut. Ja, das könnte ich zwar jetzt auch machen, aber, ähm, ich mache jetzt erstmal das hier. So. Gut, dann, äh, Moment, ich speicher vorher und dann sehen wir uns gleich zurück, wenn das fertig ist. Bis gleich. So, haha, ja, ich bin ein klein wenig überladen, würde ich sagen. Äh, ja, ich muss die mal gerade ablegen, ne. So. Ja, die liegen jetzt mal da. Äh, dann muss ich jetzt ein bisschen umladen gehen. Und dann würde ich das Ganze auch schon umwandeln. Wir haben ja schon wieder mitten in der Nacht. Äh, das hat aber jetzt eine halbe Ewigkeit gedauert, bis das wieder fertig geworden ist. So, äh, tue ich mal alles rein erstmal. Okay. Dann tue ich das, was ich jetzt habe, hier erstmal rein. Jo. Platz ist auf jeden Fall da. Dann holen wir mal gerade noch die andere Ladung. Ich könnte auch schon wieder was trinken, du. So. Okay. Ich mache mal gerade Licht an, so, dann sieht man auch ein bisschen was. Und das sind nochmal 197, das heißt, das passt. Ich brauche, äh, muss auf jeden Fall nochmal gehen. Das hätte auf jeden Fall nicht mehr reingepasst. Ja. Hat ziemlich genau gepasst. Habe ich mir schon gedacht. Aber schön. Da haben wir wieder was umgewandelt. Das ist immer so viel Arbeit. Ich bin froh, wenn es irgendwann hoffentlich mal automatisiert ist. Aber wird, glaube ich, schwierig. Also, da müssen wir schon die Scheune voll besetzen. Wahrscheinlich. So. Okay. Wir müssen auch mal bald gucken, wie das mit dem Holz aussieht. Weil wir mittlerweile auch einfach so viele Leute haben. Vielleicht müssen wir doch nochmal ein bisschen umstrukturieren. Das heißt, ein Haus weg. Oder, ja. Wahrscheinlich doch das Haus einfach weg. Ähm. Oder oben halt das Vorratslager, ne. Das, äh, das Ressourcenlager, das andere. Aber, ähm, ja. Müssen wir mal gucken. Weil das gerade so aussieht, als würde das nicht so gut mehr laufen. 44 Kilo. Ja. 44 können wir machen. Dann haben wir da schon mal eine ganze Menge. Da würde ich mich jetzt auch direkt wieder dran machen. Ähm. Das wird jetzt auch wieder eine halbe Ewigkeit dauern. Und dann sehen wir uns, äh. Nach dem nächsten Cut wieder. Gut. Damit ist die erste Ladung fertig. 44 Leingegewebe haben wir jetzt endlich. Och, und dann würde ich sagen, machen wir direkt mit der nächsten Ladung weiter. Ähm. Dann können wir morgen schön verkaufen gehen. Ich muss nur noch schnell was essen. Flup. So, wir waren bei 2000 Essen. Jo, 2600. Gut, Fleisch kriegen wir immer rein, ne. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist nur das Problem, wenn weniger Fleisch reinkommt, als Essen gebraucht wird. Oder allgemein weniger Essen reinkommt, als gebraucht wird. Ja, komm. Die behalte ich mal. Die brauchen wir noch. Und ich hole mir hier den Rest. Flachshalm. Wobei, einen kann ich zurück tun. Machen wir hier wieder 44. Und, äh, dann muss ich noch die Samen holen. Da haben wir auch, wie viel haben wir? 900? Irgendwie so in dem Dreh. Also, da haben wir jetzt wirklich ordentlich was produziert. Das heißt, da, nö. Können wir dann auch wieder was verkaufen. Wir müssen also wieder mehrere Städte bereisen. Machen wir wieder den reisenden Händler. Ähm, und ich hole euch dann gleich dazu, wenn ich hier wieder fertig bin. Gut. Hier werden schon die letzten fertig. Und es sieht so aus, als wäre es schon wieder hell geworden. Also, das heißt, wir können uns eigentlich direkt auf die Socken machen. Unausgeschlafen. Hoffentlich, äh, müssen wir nichts verhandeln. Dann ist das nämlich nicht so gut. Aber das sollte ja kein Problem sein. Schauen wir doch mal gerade raus. Jo, es ist wieder früh am Morgen. Nicht so ein schöner Tag. Und, ähm, wenn wir mal ins Inventar schauen. Wir haben hier jetzt noch ein paar Zwiebeln. Ganz klar. Ja, und wir haben hier 88 Leiengewebe. Jetzt kommen noch die ganzen Samen hinterher. Und dann wird wieder, endlich, wieder Asche gemacht. Wie viel haben wir denn eigentlich noch von den, oh, wie viel haben wir denn hier noch? Flachshalm, äh, ne, Flachs, 2430. Ich glaube, da haben wir noch aus den letzten Jahren noch ein bisschen was übrig. Weil das verdirbt ja nicht, glaube ich. So, Flachsamen. Äh, was hatte ich gesagt? Äh, 661. Dann haben wir nämlich noch... Ne, Moment. Äh. 61 lasse ich hier. Weil 360 hatten wir vorher. Wo wir gerade so mit hinkamen. Glaube ich. Öp, falsche Tasse. Da würde ich sagen, laufen wir mal schnell darüber. Gehen ein bisschen shoppen. Äh, oder verkaufen, besser gesagt. Wenn die Mauer hier steht, dann verlaufe ich nämlich nicht mehr, was den Weg betrifft. Oder vertuhe ich mich nicht mehr. So, dann laufen wir mal direkt nach, äh, den Nika rüber. Und dann können wir uns ja eigentlich auch schon direkt die Pelzkapuze freischalten und die machen. Dann können wir da den ersten damit versorgen. Oh, falsche Tasse. Ah ja. Ja, jetzt war ich gerade ein bisschen durcheinander. Ich wollte nämlich gucken, ob hier Wildschweine sind. Ich war gerade am überlegen, welche Tasse war das jetzt nochmal? Oh, da kommt schon eins. Ja, schönen guten Tag. Wir haben die extra hier platziert, damit man hier Sport macht am Morgen. So, liebe Händlerse und Leute. Apropos Leute, ich bin... Oh, 36%. Das ist nicht gerade gut. Zeig mal her. Ja, warte mal. Da haben wir schon mal die ersten tausend. Oh, guten Tag. Da haben wir die zweiten tausend. Und dann versuchen wir mal mit den Leuten zu reden. Das klappt ja schon mal ganz gut. Schönes Wetter. Ist auch auf jeden Fall da. Und das war's auch schon. Wie sieht's mit dir aus? Okay. Da blieb uns keine Option. Äh... Jagd geht eigentlich meistens. Oder noch brauchen, aber das würde die nicht jucken. Wetter. Ja. Wie ist die ja in letzter Zeit ergangen? Hatte keinen Bock zu reden drüber. Äh... Ich mach das lieber. Oh, cool. Cool, cool. Die haben wir jetzt auf 100%. Sehr schön. Die kannst du sozusagen mit der Jagd weiterhelfen. Ähm... Du bist bei 35%. Ja, nee. Also da, nee. Du hast echt nicht die Fähigkeit mit sich... Dich mit Leuten zu unterhalten. Oh, schade. Guten Tag. Oh, nee. Das wollte ich nicht. Und da haben wir hier die 100%. Wie sieht's mit dir aus? Achso, mit dir hab ich mich schon unterhalten. Mit dir wohl auch. Mit dir noch nicht. Hm. Die hat keinen Bock, über die Arbeit zu reden. Verständlich. Muss ja nicht sein. Ähm... Ja, mit dir könnte ich mich nochmal unterhalten. Du warst bei 95%. Du bist bei 90%. Mit dir rede ich noch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Kostovia. Dann gehen wir da mal schnell rüber. Boah, da kommt schon wieder das Wildschwein. Boah. Wo ist nicht überhaupt der Weg gewesen? Hier. Ich hab die Abfahrt verpasst. Na gut. Ja, es wird echt mächtig aussehen. Das kann man jetzt schon sagen. Mit der Mauer. Das sieht ja jetzt schon heftig aus. Und mächtig. Das müssen wir dann mal von der anderen Seite oder irgendwie von oben mal betrachten, was wir hier haben. Also das ist das ganze Dorf einfach mal. Ach ja, genau. Hier führte das ja direkt ins Dorf hinein. Ja, das ist schon krass. Also... Da braucht man nicht mehr so viel zu zu sagen. Eine krasse Mauer. Mach doch irgendwie was her so, wenn die Häuser so ein bisschen da drüber zu sehen sind. Gefällt mir. Hopp. Achso. Es war ein Reh. Achso, jetzt müssen wir ja jetzt jeden Augenblick... Da kennt ein Wildschwein rum. Was macht das denn hier in meinem Gebiet? Müssen wir auf den Weg stoßen. Da vorne ist er. Rennt da einfach mal ein Wildschwein rum. Wir müssen vielleicht nochmal ein paar Fallen aufstellen. Das würde, glaube ich, doch recht viel Sinn machen gerade. Genau, gerade diese Fallen, die müssen wir noch freischalten. Rattenfalle, auch Vogelfalle, machen wir alles. Alles, was geht. Ah, okay. Diese größeren Fallen, also für größere Tiere, die gehen auf jeden Fall öfter. Als einmal. Und wo ist die Musik? Es ist so still. Aber es ging jetzt schon recht schnell, ne? Mit unseren Wegen von A nach B. Von den Nika nach Gostovia. Das ging ja jetzt recht zügig, wie ich fand. Zwischendrin mal ein bisschen unser Durf begutachtet oder unsere Stadt. Aber ich würde so gerne echt mehr Häuser bauen, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwann so ein Update, wo es dann heißt, ja, jetzt kannst du 350.000 Häuser bauen. Mach mal. Ah, Moment. Ich weiche mich nochmal. Wir sind bei über 30%. Das lohnt sich schon. Ich meine, jetzt in den Gesprächen, die klappen ja soweit echt gut. Da mache ich mir keine Sorgen mehr. Aber. Ja. Ich muss mal gerade was gucken. Okay, nee. Das, äh, ich dachte gerade, ne? Weil das verschwindet ja so am Ende, der Schmutz. Ob das dann einfach, äh, ne? Immer weiter abbaut. Ah, wobei, der wird ja dann mittendrin abbrechen. Quatsch. Das macht ja gar keinen Sinn. Sei denn, den letzten Prozent macht er dann trotzdem als durchgehende Animation oder durchgehende, durchgehende Interaktion. Das könnte ja natürlich auch sein. Und ich wette, wir müssen gleich noch auf die andere Seite rüber. Guten Tag. Oh, ich bin ein bisschen nah. Hier, bitte. Achso, äh, Moment. So. Ah, wobei, das wird reichen. Was die hier noch haben an Geldern. Und ich habe jetzt 5.360. Endlich wieder nicht pleite. So, Technologie. Direkt mal Geld ausgeben. Näherei. Wir haben die Kapuze auf Näherei 2. Feldzauber. Feldzauber war es. Ach, das ist auch schön, aber brauche ich jetzt gerade nicht. Boah, krass. Da fehlen uns nur noch 60 Punkte, Leute. Oh, das würde ich auch kaufen. Wir brauchen dafür aber ganz viele Leinenfäden. Das beobachten wir mal. Ähm. Das beobachten wir mal. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld auf der Tasche. Wir sind jetzt gerade bei 4.760. Damit sind wir wieder auf dem Niveau, was wir hatten, als wir die Steuern zahlen mussten. Wir brauchen jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr. Weil wir ja noch ein Upgrade gemacht hatten. Wir hatten ja das Ressourcenlager. Genau, das hatten wir ja nur ein Vierteljahr. Hatten wir das ja nur gebaut gehabt. Da hatte das ja dann gepasst mit den 4.000. Jetzt haben wir natürlich noch mal drei Jahreszeiten mehr drauf. Wo wir dann halt eben das bessere Ressourcenlager haben. Die lasse ich mal da liegen. Und das könnte natürlich dann auch wieder ein bisschen teurer werden. Apropos Sachen hier, ne? Mit Technologie. Wir hatten doch noch Überleben. Das war ja auch noch nicht durch. Oh ja. Was war das jetzt? 500, ne? 500 Punkte. Könnte man auch noch mal ein bisschen jagen gehen zwischenzeitlich. Aber am meisten machen wir natürlich gerade die anderen Punkte. Also die Landwirtschaftspunkte. Da machen wir halt eben jetzt noch 1060, 1056, 1055,6 oder so. Irgendwie sowas. 1,7. Irgendwie so. Oh, in dem Dreh. Da konzentriere ich mich jetzt erstmal drauf. Wir gehen aber auf jeden Fall zwischenzeitlich nochmal jagen. Ist dann halt nochmal eine Alternative zum Wandbau oder der Landwirtschaft. Das ist ja klar. So. Beere. Bretter. Können wir nochmal schnell anbringen. Sehen ja nicht so viele. Und dann schauen wir mal. Aber Eier kommen ja schon mal ganz gut rein. Das klappt ja schon mal sehr gut. Irgendwann rennen die Schweine nicht mehr hier draußen rum. Hoffe ich. Ich hoffe es. Und ich hoffe, dass das eine Huhn wieder reingekommen ist. Ansonsten wäre es cool, wenn man das resetten könnte irgendwie. Aber das finde ich schön, also dieses Gehiege hier. Das ist schön groß. Das gefällt mir irgendwie. Also für die Gänse. Also für die Gänse. Nicht zum selber wohnen. Oh. So, hier waren noch. Genau. Hui. So, haben wir hier noch ein paar? Nee, haben wir nicht. Okay, wir haben aber Brennholz hier drin. Das könnte ich gerade noch schnell rüberbringen. Oh, 64 Kilo. Viel zu schwer. Na, wobei. Ich esse mal gerade noch die Zwiebeln. Dann passt das nämlich auch. So, eigentlich müssen wir da hinten noch anfangen mit der Mauer. Dass wir da so mittendrin nochmal was gebaut haben. Da freuen wir uns dann auch später wieder drüber. Müssen wir mal gucken. Allerdings brauche ich auch bald schon wieder einen neuen Hammer. Den mache ich jetzt auch noch ganz schnell. Und leg das Brennholz schnell ab. Hui. So, rein damit. Dann brauche ich. Was habe ich jetzt gesagt? Ein, genau, hiervon. Das wird produziert, oder? Oder habe ich das an Seite gelegt? Naja. Müssen wir irgendwann mal gucken. Ich weiß das gerade gar nicht. Wobei könnte ich eigentlich gucken. Könnte ich mal gerade noch schnell ins Management gehen. Äh, die... Boah, Misi. Die Näherei. Da ist noch keiner drin. Na gut, liebe Leute. Ich würde sagen, wir sind erstmal wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann machen wir die Pelzhaube. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.